Ich gehe nun in das Labor meines Vaters. Domina, du solltest auch zurücklaufen. Das werde ich auch tun. Liebe Leute, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Smaragd für den Game Boy Advance. Was war das für eine schöne erste Folge, aber wir sind gerade mal am Anfang unseres Retro-Abenteuers. Oh, hallo Domina. Ich habe gehört, du hast Bricks besiegt. Super. Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Bricks hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Bricks besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Domina erhält den Pokédex. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Bricks geht nie ohne ihn aus dem Haus. Und ich gehe nicht ohne mein Smartphone aus dem Haus. Irgendwie traurig. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Ach, du hast auch einen Pokédex. Na dann, ich gebe dir dies. Endlich Pokébälle. Domina packt Pokébälle in die Balltasche. Weißt du, je mehr Pokémon du besitzt, desto mehr Spaß macht es. Ich reise viel umher, um die unterschiedlichsten Pokémon zu finden. Und wenn ich ein cooles Pokémon sehe, versuche ich natürlich, es zu fangen. Na dann, tun wir es ihm gleich. Nein, ich werde tatsächlich ziemlich viele Pokémon fangen. Nicht um den Decks zu vervollständigen oder so, das ist eher unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Aber wegen der VIP-Aktion. Kanalmitglieder werden Pokémon hier in diesem Let's Play. Und das sollen ja nicht nur ein Paar werden, sondern es sollen richtig viele die Gelegenheit bekommen, in diesem LP verewigt zu werden, sozusagen. Hey, warte, Domina. Domina, hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Birk gehalten? Oh, toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar, du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Ihr Liebling, für deine Abenteuerreise sind diese Turbo-Träter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Na endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann die kommen. Für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halte den B-Knopf gedrückt, wenn du die Turbo-Träter an hast, um zu rennen. Schlüpfen diese Turbo-Träter und erobere die Welt da draußen. Ja. Sich vorzustellen, dass du nun dein eigenes Pokémon besitzt. Dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig, sollte etwas passieren. Komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. War irgendwie cute, oder? Auch wenn die Verabschiedung ein bisschen schnell ging. Na ja. Ach Leute, dann geht unser Abenteuer nun also wirklich los. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe vergessen, in Rosalstadt das Pokémon-Center zu zeigen. Wir sind da gar nicht mal reingegangen. Das wird nun natürlich umgehend nachgeholt. Und wir sollten da auch relativ schnell antanzen, denn meinem Flemly geht es nicht mehr ganz so gut. Da bin ich fast schon froh um diesen Critical Hit. Sonst wäre es mir vielleicht hier noch weggestorben. So, wir sind immer noch nicht durch. Aber jetzt. Yeah. Und mit den Turbo-Trainern ist man wirklich viel, viel schneller, Leute. Also immer schön auf B drücken. So. Bevor wir auch hier mit den Leuten reden, kurz Pokémon heilen. Ganz wichtig, dass arme Flemly leidet. Und das wollen wir ja nicht. Der PC dort in der Ecke ist für alle Pokémon-Trainer. Das heißt, dass auch du ihn benutzen darfst. Schauen wir uns das doch gleich mal an. Damit wir mal sehen, wie das damals in der dritten Generation aussah. Ich habe jetzt auch schon den Rahmen gewechselt. Ich sagte ja, dass ich relativ häufig meinen Rahmen wechseln werde. Jetzt haben wir so einen klassischen. Sieht cool aus. So, und das hier war das Menü damals in den Boxen. Wobei die Designs hier eigentlich auch schon ziemlich cool aussahen, fand ich. Warte mal, wie viele Boxen gab es eigentlich? Nein, ich will es sehen. Die wurden ja in den späteren Spielen reduziert. Hier sind es 14. Okay. Ja, okay, gut. Haben wir das auch mal gesehen? Wo wir gerade dabei sind, sollte ich vielleicht auch mal das Layout des Pokédex zeigen. Oh, das sieht voll seltsam aus. Klar, es sieht halt für die damalige Zeit sehr hochentwickelt aus, aus technischer Sicht. Aber ich finde es auch irgendwie weird. Wenn man dann auf ein Pokémon geht, sah das so aus. Man kann gucken, wo man es fangen kann. Im Falle von Flemly natürlich nirgends. Das ist der Starter. Hier auch mal die Karte von Höhen. Und der Ruf. Größe im Vergleich zum Trainer. Ja, also alles ganz nett hier. Pokémon Center ist eine großartige Einrichtung. Du kannst ihren Service so oft du willst in Anspruch nehmen. Kostenlos. Daher kannst du unbeschwert umherreisen. Frag mich immer, wie sich das finanziert, aber okay. Der Pokémon Drahtlosen Club im zweiten Stock wurde erst kürzlich eröffnet. Ich habe schon Pokémon getauscht. Auch das ist fortan möglich. Wie wir wohl gerade erfahren werden. Hallo, ich bin Tiala. Dies scheint dein erstes Mal hier zu sein. Ich zeige dir, wie das drahtlose Kommunikationssystem funktioniert. Zunächst zeige ich dir dieses Stockwerk unseres Pokémon Centers. Hier entlang bitte. Im Obergeschoss gibt es zwei Clubs. Zum ersten den Club links. Das ist der Connex Club. Hier kannst du Trainer treffen, die ebenfalls den Connex Club betreten haben. Du kannst mit ihnen sprechen, kämpfen und tauschen. Zum zweiten den Club rechts. Das ist der Direkt Club. Hier kannst du mit Pokémon gegen Freunde kämpfen oder sie tauschen. Falls der drahtlose Gameboy Advance Adapter nicht eingesteckt ist, kannst du das GBA Game Link Kabel benutzen. In diesem Fall musst du den Direkt Club betreten. Viel Vergnügen mit dem drahtlosen Kommunikationssystem. Ja, ich blende diese Retro-Sachen gleich mal ein. Einmal das Kabel und einmal der drahtlose Adapter. Der lag, glaube ich, sogar Pokémon Feuerrot und Blattgrün bei. Also zumindest in einem entsprechenden Bundle auf jeden Fall. Und dann kannst du damit schön chillig, ohne Kabel, wireless sozusagen, Pokémon tauschen. Ja, aus heutiger Sicht völlig selbstverständlich. Weil 3DS und Switch und ja, die Konsolen haben das ja eingebaut. Aber damals war das noch nicht so. Ich werde jede Menge Pokémon fangen. Wir auch. Und welche Pokémon man hier fangen kann, das blende ich euch jetzt ein. Und hier hätten wir auch schon unseren ersten Trainerkampf außerhalb eines Rival-Battles. Weil das ist ja noch mal was ganz Besonderes. Dementsprechend spielt hier auch noch mal eine andere Musik. Und ich muss echt sagen, die Trainer- oder generell, die Musik in der Höhenregion ist auch saugeil. Es gibt sehr, sehr viele Tracks, die ich unglaublich feiere. Auch Franchise-übergreifend. Also da macht Höhen echt einen guten Job. Und die Trainer-Mucke gehört da tatsächlich auch dazu. Sehr, sehr geil. Ich versuche auch mal so ein bisschen auf die Musik einzugehen und euch zu sagen, welche ich besonders feiere und welche ist weniger. Die Wild-Pokémon-Battle-Mucke ist eigentlich auch okay. Ja, doch. Absolut. Und ich würde sagen, wir fangen dieses Lutursl jetzt einfach mal. Es wird zwar kein Team-Mitglied, aber ein VIP darf sich gleich freuen. Ich habe, wie ich bereits angekündigt habe, vor der Folge ein paar per Zufallsprinzip gezogen. Ich mache das deshalb mit mehreren, weil ich zum einen eben nicht weiß, wie viele Pokémon ich in einer Folge fange. Und ich brauche ja gleich einen Namen. Und zum anderen gucke ich auch immer so ein bisschen aufs Geschlecht. Also dieses Luturzel beispielsweise ist jetzt weiblich. Dann nehme ich doch mal die Lisa Jo. Lisa Jo wird dieses Luturzel. Klar, nicht bei jedem Abonnenten weiß man, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädel ist. aber Oh, Lina habe ich geschrieben, ich Idiot. Direkt die Abo raus. Ne, ähm, wie gesagt, man weiß es natürlich nicht immer, aber wenn es so eindeutig ist, wie in diesem Fall, dann passt das. Warte, ich will, ich will gucken. Lisa Jo, genau. Jo. Leider bekommt man in dieser Edition keine EP für gefangene Pokémon. Das wurde erst in der fünften Gen eingeführt. Ist ein bisschen doof. Weil das hätten wir dann auch noch schön damit verbinden können. Aber hat nicht funktioniert. Gab es, gab es hier noch nicht. Ich glaube, die Idee sind sie damals noch nicht gekommen. Ja, die ersten Trainer sind natürlich die größten Luschen, ist klar. Vor allem so Kinder, die sich cool fühlen. Aber eigentlich nichts drauf haben. So, ich war super happy, wenn unser Oxy so schnell wie möglich eine Feuerattacke erlernen würde, denn damit könnten wir die Käfer-Pokémon easy aus dem Weg burnen. Oh, gutes Stichwort. Ich wollte ja noch über das Kampfsystem meckern. Aus gutem Grund, denn in den ersten drei Generationen ist das alles ein bisschen strange. Man hat sehr, sehr viel überarbeitet und ja, jetzt hier in der dritten Generation genauso wie in der zweiten oder eigentlich, ja, in allen dreien war es eigentlich so. Es ist der, also es ist jetzt nicht mehr so, dass es, was heißt nicht mehr? Ich rede mich um Kopf und Kragen. die Attacken, die man einsetzt. Ob die jetzt physisch oder speziell sind, das richtet sich nach dem Typ. physisch sind normal, Kampf, Geist, Stahl, Gestein, Boden, Flug, Käfer, Gift und speziell sind Elektropflanze, Feuer, Eis, Wasser, Psycho, Unlicht und Drache. Will heißen. Ähm. Alle Wasserattacken sind immer speziell. Alle Kampfattacken sind immer physisch. So war das damals. Da wird nicht mehr unterschieden, so wie später beispielsweise, keine Ahnung, Fokusstoß, die Attacke gibt es hier glaube ich in der dritten Generation sowieso nicht, aber das ist ja eine spezielle Kampfattacke. Würde man jetzt mal annehmen, die gäbe es, wäre sie hier in diesem Game physisch. Das ist halt schon ziemlich kacke, bei dem ein oder anderen Pokémon, weil, naja, es eignet sich dann halt nicht wirklich, es ins Team zu nehmen. Zum Beispiel, Garados hat eigentlich gute physische Werte, aber aufgrund seines Typs, Wasserflug, sind, ja, die meisten Attacken eben speziell, vor allem die Wasserattacken eben, oder die Wasserattacken, Punkt, weil Flug ist, oder was war Flug, lass mal kurz gucken, Flug ist physisch. Ja, also alle Wasserattacken sind speziell und der kann es dann halt nicht wirklich nutzen, das ist halt irgendwie total scheiße. Und ja, andere Pokémon leiden da ziemlich drunter, deshalb hat man das dann ab der vierten Gen geändert und es ist bei jeder Attacke individuell. Ich bin nicht groß, ich versinke im hohen Gras, das Gras erreicht meine Nase und Oh, du glaub ich brauchst ein Taschentuch. Nein, das ist halt echt so eine Sache, die hat mich immer schon angekotzt. Klar, als Kind natürlich noch nicht, weil da kann das noch nicht besser. da war das halt damals einfach so. Aber ab der vierten Gen, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nie Bock, wieder die alten Generationen zu zocken, weil da das Kampfsystem einfach so scheiße war. Geht's euch da ähnlich? Auch bei jedem LP, muss ich echt nochmal überlegen, boah, wie war das denn damals? muss mich entsprechend vorbereiten. Deswegen hab ich mir das hier alles auf so einen Zettel aufgeschrieben, wenn ich auch ja kein Quatsch laber. Ja, und wir müssen uns das ganze LP eben drauf einstellen, dass das so sein wird. Und auch bei der Team-Pokémon-Wahl darauf achten. Das kommt ja auch noch dazu. Aber kann ja sein, dass ich jetzt liebend gerne Pokémon XY drin hätte, was saustark ist und cool aussieht, aber aufgrund dieses Systems ist es vielleicht für die dritte Generation nicht so optimal. Wir hatten ja gerade das Beispiel Garados. In Feuerrotblattgrün ist das doof. Sagen wir es mal so. Was finden wir denn hier? Leckere Beeren. Zwei Sinelbeeren. Oh ja, und so eine Sache hat mich auch immer geärgert. Wenn Buchstaben mal klein, mal groß waren, wie hier beispielsweise bei Bären, da ist das N ganz am Ende klein, warum auch immer. Und bei Pokémon, müsst ihr mal drauf achten, da sind auch ein, zwei Buchstaben immer klein. Das ist voll nervig. Das sind so kleine Dinge, über die regt man sich im Nachhinein auf. So, hier drüben ist Blütenburg City. Die Stadt, in dem unser Vater arbeitet. Als Arenaleiter, wie wir bereits erfahren haben. Ziemlich krasser Typ. Und ich habe da auch noch mal nachgeschlagen, weil ich mir in Folge 1 ja nicht ganz sicher war. Jetzt kann ich es allgemein sagen. Domina und ihre Mutter kommen aus der Höhen, äh, aus der Jotu-Region und sind in die Höhenregion gezogen. Wegen Norman, dem Vater. Also, die kommen ursprünglich eben aus Jotu und sind hierher gezogen. Damit das auch mal geklärt ist. Und kleiner Funfact am Rande. Das ist das erste und einzige Mal bisher, dass der Vater des spielbaren Chars bekannt ist. In allen anderen Pokémon-Editionen kennt man die nicht. Oder Generationen. Nur in der dritten Gen weiß man, Norman ist der Papi. Und das ist auch so eine Sache, die habe ich mich tatsächlich auch als Kind immer gefragt. Ja, weil die Mutter, die war immer da. Pokémon, Blau, Gelb, Gold, Silber und so weiter und so fort. Aber der Vater, der war immer weg. Und da habe ich mich schon auch gefragt, hm, warum? Was ist da los? Und ich kann es mir auch bis heute nicht erklären, warum der einfach immer von der Bildfläche verschwunden ist. Echt super weird. Aber gut. Damit haben wir Blütenburg City erreicht. Und hier spielt auch eine chillige Musik. Wohin ist unser Heiko nur gegangen? Wir müssen noch bald nach Wiesnflur aufbrechen. Tja, da kann ich auch nichts für. Blütenburg City, wo Menschen Hand in Hand mit der Natur gehen. Ich glaube, es gab aber auf der Route vorher noch irgendwo ein unsichtbares Item. Naja, ist ja nicht so wichtig. Das macht jetzt auch keine Probleme, wenn wir das nicht mitnehmen. Auch wenn ein Pokémon jetzt noch schwach ist, es wird ständig stärker. Das Düsselwort heißt Liebe. Liebe für deine Pokémon. Nein, Mann, ich peitsche hier aus. Setzt du Schutz ein? Das hält Pokémon fern und ist sehr nützlich, wenn du es eilig hast. Das ist wahr. Werde ich auch trotzdem nutzen, aber natürlich nicht so häufig, weil wir da selbstverständlich in jeder Folge ein paar VIPs ehren wollen. Hast du etwas Gegengift dabei? Ein vergiftetes Pokémon verliert ständig KP, bis es kampfunfähig wird. Halte deshalb stets Gegengift bereit. Ach stimmt, das war ja auch noch damals so, ne? Ab der fünften Gen bleibt eben nämlich ein KP übrig. Aber hier nicht. Hier würde ein vergiftetes Pokémon einfach so sterben. Muss man so knallhart sagen. Als mein Pokémon eine Cinebeere aß, wurden seine KP aufgefüllt. Ah, richtig. Ich könnte Flemly eine Cinebeere geben. Die würde es dann selbstständig essen, im Bedarfsfall. Und das kann natürlich nicht schämen, ne? Gerade am Anfang sind Sindelbeeren halt schon sehr nützlich. Später dann nicht mehr. Daher nutzen wir sie lieber jetzt. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen gegenüber anderen Typen. Je nach Typ des Pokémon kann der Kampf leicht oder schwer sein. Dein Flemly ist beispielsweise ein Feuertyp. Es ist stark gegenüber dem Pflanzen- und Käfertyp. Aber es ist schwach gegenüber den Wasser-Pokémon. Unter anderem, ja. Hallo du Trainer. Was ein wundervolles Lächeln. Willst du mich anmachen? Ich habe ein Hobby. Ich sammle die Profile von Pokémon-Trainern. Nun, wie sieht's aus? Darf ich dein Profil sehen? Äh. Okay. Oh ja, danke schön. Zeigst du mir jetzt dein Profil? Ich bin groß in Pokémon. Hashtag, ich bin groß in Pokémon, Leute. Weißt du Bescheid? Ach ja, ich kann hier übrigens nicht eingeben, was ich will. Man muss aus so vorgefertigten... Worten... einen Satz formen. Und wie ich mal sagte, ich glaube, da gibt es bestimmte Codewörter, wo man was freischalten kann. Aber das machen wir später mal. Ist jetzt nicht so wichtig. Äh. Fantastisch. Dein Profil einfach wunderbar. Es sagt wirklich alles über dich aus. Jeder, der dieses Profil sieht, wird von dir entzückt sein. Dankeschön. Mhm. Alles klar, Bruder. Kommt wieder basiert das Pokémon-Lockerungssystem. Wer auch immer diese entwickelt hat, muss ein wahrer Zauberer sein. Oder einfach Informatiker. Ich glaube, es ist eher das. So, was geht hier ab? Norman ist unser neuer Arena-Leiter. Ich glaube, er hat seine Familie kommen von weit her. Da liegst du richtig. Also kommt Norman wohl doch auch aus der Yoto-Region? Gut, das... Konnte ich jetzt nicht ermitteln. Aber auf jeden Fall ist die Familie von Yoto nach Höhen gezogen. Aber der Grund könnte halt sein, dass Norman eben hier den Arena-Leiter-Job bekommen hat. Ja, das ist schlüssig, ne? Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow. War der stark. Wie soll ich es sagen? Ich habe den Eindruck erlebt für seine Pokémon. Das muss man, denke ich, auch als Arena-Leiter. Sonst wirst du schnell abgeschoben. Klingt so heftig, aber... Ja, ist ja so. Ein hübsches, junges Girl. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Und jetzt bist du ein alter Knacker, der hier auf dem Stuhl verrottet wird. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, warum Pokémon so erfolgreich wurde. Man versetzt sich halt auch so ein bisschen in seinen Charakter hinein und in die Spielwelt. Und man stellt sich halt auch vor, boah, wie geil wäre das, wenn man die Welt bereisen könnte mit diesen Monstern und kämpfen und alles erkunden. Und wow, das ist halt schon nice, ne? Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einen neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erstes die Arena im Ort an. So. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen. Ah, ja. Na dann, sehen wir doch mal hinein. Schließlich ist unser Papi hier. Hm? Na, wenn das nicht Domina ist. Dann habt ihr also den Umzug beendet? Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Domina. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne ein Pokémon bieten. Wie? Du? Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesnflur besuchen. Und ich glaube, ich werde mich da doch ein bisschen einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Domina, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, hier. Ich leide dir meinen Pokémon. Heiko hat einen Zickzack erhalten. Wow, heftig. Ich gebe dir am besten auch den Pokéball. Dann leg mal los. Heiko erhält auch einen Pokéball. Danke dir. Domina, kommst du wirklich mit mir mit? Mir bleibt ja keine Wahl. Oh Mann. Was ein Lelleck. Domina, Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wie diesem hier, oder? Ja. Dann bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Oh! Bruder, bricht dir nichts, ne? Kleiner Funfact am Rande. Dieses Trussler ist auf Level 5. Dabei kann man auf dieser Route keinen Level 5 Trussler finden, sondern maximal auf Level 4. Das heißt, Heiko ist ein Cheater. So, Heiko, jetzt musst du angreifen oder auch einen Ball werfen. Aber ich sehe schon, du willst auf Nummer sicher gehen. Okay. Ist auch gut so, denn momentan wird ja nur deine Angriffskraft gesenkt. Das ist nicht so schlimm. Und du hast das gegnerische Pokémon auch schon mal ganz gut geschwächt. Ja, richtig. Und jetzt muss ich einen Ball werfen, oder? Also, ich werde es versuchen und ich werde mein Bestes geben. Ja, hier im Beutel. Dann hast du noch so eine extra Balltasche. Richtig. Das nimmst du jetzt in die Hand und dann schmeißt du. Ja. Ha, tipptopp. Diese Übung macht den Meister. Ich hab's geschafft. Es gehört mir. Mein Pokémon. Domina. Dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und? Hat's geklappt? Danke. Ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Domina, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut drum kümmern. Oh, meine Mami war jetzt sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald. Was ein Lauch. Domina, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Meteoros City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Nein, ich bin dumm wie Brot. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter. Aber zu krass für dich. Auch wir werden uns aber bestimmt eines Tages nochmal sehen und gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Domina. Hm. Für jemanden, der ein Zickzacks verliehen hat, hast du aber schon eine große, breite Fresse. Naja. Wird schon was dahinter sein. Vielleicht hat er hinten im Safe noch krassere Pokémon. Glauben wir ihm einfach mal. Und gucken noch schnell in Heikos Haus. Du, ach, du bist bestimmte Mina, richtig? Danke, dass du dich um Heiko gekümmert hast. Er war schon als Baby immer zart und kränklich. Wir haben ihn für eine Weile zu Verwandten nach diesem Flur geschickt. Die Luft ist dort viel sauberer als hier. Was heißt das? Wo ist Heiko? Äh, er ist fort. Unser Heiko? Ich frage mich, wo er jetzt wohl sein mag? Wie gesagt, ich hoffe, der bricht sich nix. Heiko war richtig glücklich, als er uns erzählte, dass er seinen Pokémon gefangen habe. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so glücklich erlebt. Na, dann ist doch alles gut. Und weißt du was? Dieses Trussler hat mir echt gefallen. Wir schnappen uns auch eins. Und? Es wird ein Teammitglied sein. Allerdings, ich sehe schon, ich muss hier ein bisschen suchen, bis ein Trussler auftaucht. Daher werde ich cutten. Vorher gucke ich aber noch, ob ich das Wumpel vielleicht gefangen kriege. Ja, sieht gut aus. Damit noch ein weiterer VIP hier verewigt wird. Und ich glaube, ich werde Pokébälle kaufen. Weil Reisen dann doch ein bisschen zu wenig. So, das hat schon mal geklappt. Auch dieses Wumpel ist weiblich. Dann nehmen wir doch mal die Stefanie H. Ach, ich glaube, ich schreibe das künftig immer alles in Caps. Also zumindest die Pokémon, die will ich ins Team nehmen. Das geht schneller. Sonst muss ich immer so hin und her. Stefanie. Wo ist das? Ich bin voll blind. Ich finde es eh nicht. Stefanie H. Danke für deine Mitgliedschaft. So, und jetzt werde ich ein Trussler auf Camp suchen gehen. Da ist eins. Es ist weiblich. Okay, cool. Weil ich finde, Guard the War, die Endentwicklung in weiblich definitiv besser. Also zumindest hier in der dritten Gen. Weil später hat es ja noch eine Megaentwicklung und alles. Ja, aber das spielt hier noch keine Rolle. Jetzt müssen wir nur Glück haben. Pokébälle habe ich jetzt noch keine gekauft. So vergesslich, wie ich bin. Aber ich denke mal, bei einem so schwachen Trussler wird das schon passen, oder? Yes. No problem. Direkt gefangen. Alles wunderbar. Und wie gesagt, es ist das zweite Teammitglied. Und hierfür werde ich die Janika hernehmen. Auch eine sehr aktive Stream-Zuschauerin. Und Donaterin tatsächlich. Ich darf sie halt jetzt nur nicht falsch schreiben, Alter. Oder ist das überhaupt die richtige? Doch, ne? Ja, wie auch immer. Es ist alles per Zufall ausgewählt worden hier. Es ist jetzt auf jeden Fall hier diese Janika. Das zweite Teammitglied. Ein Trussler. Wunderbar. Ach Leute, es macht Spaß. Es macht Spaß, Pokémon Smaragdia zu zocken. Noch viel mehr, als ich gedacht hätte. Und in der nächsten Folge werden wir uns zulabern lassen. Danach dann aber ziemlich viele Kämpfe bestreiten und nach Metaeross City gehen. Also, wer mehr möchte, hinterlässt einen Daumen. Und ich sag tschau. Bis bald.